Ich freue mich ganz, ganz herzlich, Sie hier heute Morgen begrüßen zu können. Es ist tatsächlich die siebte Polis Convention, die wir jetzt machen. 2015 war sie zum ersten Mal. Back to life, back to reality ist das Motto der diesesjährigen Polis. Endlich wieder in Präsenz. Ich freue mich total wieder, hier live vor Ort dabei sein zu können, nach anderthalb Jahren. Ich bin wahnsinnig darauf gefreut, da auch hier als Standpartner mit dabei zu sein und Termine wieder in persona wahrzunehmen. Das ist eine wunderbare Stimmung, die wir alle immer wieder mitnehmen und ich hoffe, die sich auch auf den heutigen Abend überträgt. Der Polis Award 2021 geht an.